Bayern-Verteidiger Breno muss ins Gefängnis. Nach monatelangen Ermittlungen hat die Münchner Staatsanwaltschaft den Brasilianer wegen schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die 12. Strafkammer des Landgerichts München I sah es demnach als erwiesen an, dass der 22-Jährige in der Nacht auf den 20. September seine Mietvilla in Grünwald in Brand gesteckt hatte. Dabei soll er alkoholisiert gewesen sein und Schlafmittel genommen haben.